Das ist die Insta360 GO 3, die kleinste Action-Kamera am Markt für außergewöhnliche Blickwinkel und POVs. Ich habe schon einiges über diese Action-Kamera gehört und auch schon einige Recherchen gemacht, allerdings hatte ich es bisher noch nie selber in der Hand. Insta360 war so nett und hat mir die zur Verfügung gestellt in 64 GB Variante in Midnight Black und in diesem Video packen wir die mal aus und schauen sich an, was alles drin ist, wie die ausschaut, was sie soweit kann. Hallo, mein Name ist Alex und ich mache Technik-Videos und Produkt-Reviews und solltest du es noch nicht gemacht haben, dann würde es mich freuen, wenn du meinen Kanal abonnierst, um keins meiner zukünftigen Videos zu verpassen. Schauen wir uns einmal an, was da drin ist. Die Verpackung schaut einmal ganz gut aus. Ich mag die Insta360-Verpackung eigentlich sehr, sehr kompakt, sehr hübsch aufbereitet und das schwarze Modell in Midnight Black in 64 GB internen Speicher. Es ist leicht, es hat ein magnetisches Design, Hands-Free POV, es ist super, maximale Videoaufzeichnung sind 2,7K, dann habe ich Flow-Stage-Stabilisierung, 360 Grad Horizon-Lock, wasserfest bis 5 Meter oder wasserdicht bis 5 Meter, je nachdem, Voice Control, E-Powered Editing, das E-Powered Editing trifft dann wohl eher auf die App zu und ich habe hier etliches an Zubehör, aber das schauen wir uns jetzt einfach mal direkt an. Machen wir das einmal auf. Na, gefällt mir sehr. Oh, schaut sehr edel aus, schaut sehr schön aus, vor allem schaut das sehr klein aus. Ich meine, das Ding ist so groß wie mein Daumen. Wahnsinn, wie kriege ich das da jetzt runter? Kann man das da einfach... Oh, 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 das ist hier einfach magnetisch angebracht. Ist das arg? Ich habe mir nur gedacht, dass es irgendwie draufklebt mit dem Streifen hier, aber das ist echt magnetisch hier gleich angebracht. Wahnsinn, also mit dem habe ich nicht gerechnet. Wahnsinn, cool. Hey, das fühlt sich urleicht an. Das ist wirklich nicht schwer. Geile Kamera. Okay, hier haben wir Think Big, dann kann man mal aufklappen, das ist auch alles sehr schön gestaltet. Einen User Guide. Was ist das? Accessoires. Okay, nehmen wir das einmal raus. Oh, da ist auch gleich was drinnen. Da ist noch mehr drinnen. Räumen wir mal einfach mal alles aus und dann schauen wir uns das Ganze genauer an. So, aha, aha, da hinten ist noch was drinnen. So, jetzt sind wir definitiv hier leer. Dann haben wir hier noch einen Magnetanhänger. Ja, okay, schön. Dann habe ich hier den Action Pod. Das heißt, das schaut genauso aus wie die Insta360 Ace und Ace Pro. Nur viel kleiner. Oh ja, das schaut fast so aus wie die Ace Pro. Nur wirklich viel kleiner. Ein bisschen auch ein kleineres Display. Aha, aber das Display lässt sich auch hochklappen. Und im Schwarz schaut das richtig edel aus. Was haben wir da noch? Einen Socket oder sowas in der Richtung. Was ist das? Ah, okay, das ist anscheinend magnetisch. Kann man das einfach... Oh, das kann man einfach ausklappen, okay. Wenn man da drauf drückt, gehen die zwei Dinge auf. Das lässt sich komplett bewegen. Streng, aber das soll ja auch so sein. Okay, Kamera in diese Richtung. Offensichtlich ist das auch die Front. Dann habe ich ein 1,25 Zoll Gewinde hintendran. Ich glaube, das kann man einfach so verbinden. Aber das machen wir dann gleich. So, und das war's. Den Quick Start Guide legen wir auch auf die Seite. Da haben wir auch einen Quick Start Guide. Insta360 Pickle. Dein Garantieheftl. Sicherheitsinformationen. Und was man über die Go3 alles noch wissen muss. Dann etwas, damit die Packung hier nicht Feuchtigkeit in sich aufnimmt. Ein USB Typ A zu USB-C Kabel. Was ist das? User Guide Optional Angle Adjustment. Insert for Tilting Angle. Okay, das machen wir gleich mal auf. Ah ja, das ist Silikon oder so. Ich glaube, das bringt man dann hier an. Ah ja, schau, schau. Das heißt, wenn ich das hier anbringe, dann kann ich die Kamera runter blicken lassen. Und wenn ich das hier umdrehe, das hält gut. Dann kann ich die Kamera nach oben blicken lassen. Wir haben den Action Pot, die Go3, einen Easy Clip. Okay, den kann man kippen. Aber wie kriegt man den auf? Man slidet das einfach irgendwo rein. Das ist sehr streng. Bin gespannt, wie das auf Kapperl oder so passen soll. Dann haben wir eine Drehhalterung. Die Drehhalterung hat hier ein Viertel Gewinde und offensichtlich irgendeine Schutzkappe. Ja, ist eine Schutzkappe. Und das kann man da drauf tun. Dann das USB-C Kabel. Einen Winkel hier, um den, also irgendwas, um das da drauf zu machen und dann den Winkel zu ändern. Das ist wirklich sehr streng. Und eine Art Halskette, die ich unter das Schwert klemmen kann. Und wie kann man das Teil hier wieder rein? Schau, so geht das. Ist ein bisschen tricky. Okay. Also das ist alles im Lieferumfang drinnen. Das ist eigentlich eine Menge. Jetzt müssen wir die ganzen Pickerl und Sticker und alles runtergeben und dann setzen wir das Ganze mal zusammen und schauen sich an, wie alles irgendwie hier zusammenpasst. Zuerst möchte ich mit dem Magnetanhänger anfangen. Jetzt geben wir mal das auf die Seite. Das sind ja alles nur... Wow. Okay. Dann haben wir diesen Winkel hier, den man auf den Magnetanhänger draufgeben kann. Ja, das USB-C Kabel brauchen wir jetzt nicht unbedingt auspacken. Von denen haben wir eh genug. Als nächstes schauen wir uns den Easy-Clip an. Da ist ein Sticker. Wie der dann genau zu verwenden ist, sehen wir dann eh gleich. Zuerst befreien wir mal alles von den Stickern. Dann haben wir die Drehhalterung. Da ist ein Sticker. Ja, aber da drin ist ja auch was. Ich sehe es ja. Ich sehe es ja, dass da drin auch was ist. Wie komme ich da hin? Oha. Das ist eine Schutzhülle quasi. Ein Deckel einfach nur. Das finde ich praktisch, damit das unten immer gut bleibt. Ah ja. Das hier ist definitiv etwas, was klebt. Wenn das die Gäste ist, die Klebekraft verliert, brauche ich das nur unter das Wasser halten. Damit es eben weiterhin klebt, kann ich einfach hier diesen Clip drauf tun. Das sollte dafür sorgen, dadurch, dass hier im Deckel so Erhöhungen drin sind. Sieht man das am Rand? Da sind Erhöhungen drinnen. Dadurch kommt die Klebefläche nicht ganz bis zum Boden und bleibt immer gut zu verwenden. Irgendwie cool. Also das kannst du nach links biegen, nach rechts biegen, nach vorne und nach hinten biegen. Es geht streng, so soll es auch sein. Dann haben wir den Action-Pod. Der hat da vorne irgendwas drinstecken. Okay. Da steht schön Insta360 GO drauf. Der Pod hier schaut auch wirklich sehr nett aus. Dieses matte Schwarz, das Midnight Black, schaut wirklich geil aus. Hier habe ich so Zapfen. Oh, die geben sogar ein bisschen nach, damit hier immer Druck drauf ist, um die GO 3, wenn man die da reinlegt, laden zu können. Da habe ich noch einen Sticker. Wow. Der Bildschirm ist kleiner als bei der Ace Pro, habe ich das Gefühl. Ja, der ist definitiv ein bisschen kleiner. Dieser Bildschirm hier ist ein 2,2 Zoll Touch-Flip-Screen und zum Aufklappen braucht man nicht wieder wie bei der Ace Pro hier die zwei Dinger drücken und dann aufklappen. Man klappt das einfach auf. Von der Stabilität her und von der Verbindung hier ist es wirklich genau so wie bei der Ace Pro richtig toll. Dieses Midnight Schwarz ist super geil. Insta360 sollte immer Geräte mit Midnight Schwarz rausbringen. Ich meine, das ist auch nicht schlecht, aber ich finde das glatte, matte Design viel, viel cooler. Da haben wir auch noch was. Okay, was ist das hier? Ich glaube, das ist für Mikrofon, das ist so eine Öffnung. Hier habe ich noch einen Ding, den ich drücken kann. Siehen wir das? Wenn ich da außen drauf drücke, hier, dann bewegt sich dieses Hackerl innen, damit ich die GO 3 rausnehmen kann. Oben habe ich einen Record-Button auf der Seite habe ich den Power-Button, also zum Ein- und Ausschalten und ich habe einen Quick-Button, das ist der Action-Pod. Wahnsinn ist der leicht. Und zu guter Letzt haben wir dieses kleine Teil hier und das ist eigentlich der Star von der Insta360 GO 3, also von dem ganzen Set, weil das ist nämlich die GO 3. Das ist die Kamera mit dem internen Speicher, die Kamera, die wasserdicht ist, die Kamera, die magnetisch ist, die kleinste Action-Kamera der Welt. Die befreien wir jetzt auch von den Stickern. Da haben wir einen Sticker, da haben wir einen Sticker. In der Beschreibung beziehungsweise am Paket ist auch gestanden, dass ein Linsenschutz dabei ist. Der ist gleich drauf auf der Kamera. Ist gut so. Das hier ist eigentlich die GO 3 und das hier ist der Linsenschutz. Der ist wirklich sehr klein. Ich lasse den wieder drauf, weil ich will ja nicht, dass irgendwas kaputt geht. Gut, ich habe eine magnetische Fläche, ich habe was zum Laden. Das ist das Gegenstück von den Zapfen, die im Action-Pod drinnen sind. Das ist ein Mikrofon, man sieht es ein bisschen. Dementsprechend müsste hier auch ein Mikrofon drin sein, also zwei Mikrofone, weil aufgrund dessen, dass hier kein Loch ist, kann hier kein Mikrofon sein, weil wenn ich das hier nämlich reinlege, dann habe ich ja nur hier ein Mikrofon und hier ein Mikrofonloch und dann würden ja sonst nicht alle aufnehmen. Ich glaube, ich weiß nicht, warum das Loch da hinten ist, aber das schaut richtig gut aus. Also ich mag das Design hier wirklich sehr. Es ist klein, matt-schwarz, also Midnight Black und schaut wirklich gut aus. Um die Kamera hier wieder rauszunehmen, brauche ich hier auf der Seite nur dieses Unlock-Ding drücken und dann kann ich die Go 3 hier an Objektiv nehmen und einfach rausziehen. Also einfach ist es nicht, weil das ist ein wirklich sehr starker Magnet und das ist auch gut so. Einfach rein und das hält sicher. Ich habe vorne, wie man hier sieht, ein LED-Licht, ein Indikator-Licht. Ich weiß nicht genau, was es macht. Ich schätze mal, rot ist das Indikator-Licht für Laden, weil der Action-Bot lädt ja auch die Go 3. Also genau genommen, wenn man hinschaut, die Go 3 hat keine andere Möglichkeit zum Laden, außer dieses Gegenstück zu den Pins. Was ist, wenn ich das verkehrt reingebe, geht das auch? Nein! Also du spürst das jetzt nicht, aber hier ist so eine Abstoßungskraft unmöglich. So allerdings, einfach von der Seite reinsliden lassen und drin ist. Ein tolles Gerät. Alle Sticker befreit und mit den Screenshots wirklich gut aus. Ich möchte das Ding jetzt einmal aufdrehen. Ich sollte es vielleicht auch updaten. Also ich drehe das Teil hier gleich einmal auf. Das heißt, wir bleiben lange auf den Power-On-Knopf, so wie wir das von den anderen Kameras hier auch kennen. dann schaltet sich das hier ein. Ersteinrichtung. Welche Sprachen haben wir denn? Was steht uns zur Verfügung? Deutsch. Das wollen wir. Bitte lade die Insta360-App im App Store runter. Das haben wir gemacht. Die liegt schon da unten. Schauen wir mal, ob wir uns damit verbinden können. Ah ja, hier andere Geräte. Das ist mein Go 3. App verbinden. Hier bestätigen. Verbinden. Jo. So was haben wir denn da? Support-App-Background-Downloading Tap-to-Wake-Touchscreen Single-Button-Setting für Quick-Capture Have Been Optimized Download starten. A few moments later. Ich würde sagen, bringen wir mal den Easy-Clip hier an einer Kappe an. An der Unterseite. Das ist ja auf der Seite und man kann das gar nicht anders anbringen. Oder anders macht es einfach irgendwie keinen Sinn. Das ist an der Unterseite jetzt angebracht. Und hier kann ich meine Go 3 reingeben und dann kann die hier das eigene Gesicht filmen oder einfach ein POV-Shot nach vorne machen zum Beispiel. Das ist fertig. Ha! Jetzt kann ich das Gerät aktivieren. Ich muss es aktivieren, um es verwenden zu können. So, dann gehen wir gleich einmal rein. Super. Vorschau ist komprimiert. Vollkommen okay. Das machen die wahrscheinlich einfach nur, um hier zu sparen. Während hier die Vorschau ist, gibt es hier keine Vorschau. Das macht aber nichts. Wenn ich die Kamera so halte, habe ich das Bild hier, stelle ich die Kamera jedoch auf. Tada! Dann schaut das Bild so aus. Das ist der normale Videomodus. Dann nehmen wir das einmal raus hier. Der Action-Pod, den stellen wir mal da auf die Seite. Wenn ich das richtig verstehe, kann man die Kamera auch senkrecht halten. Der filmt trotzdem hier horizontal. Das heißt, ich habe zwar keine Horizont-Sperre, wie man hier sieht, wenn ich die Kamera bewege, aber ich kann sie vertikal halten und er filmt trotzdem. Wenn ich sie kippe, braucht es kurz, dann filmt es auch. Das ist ja cool. Also, das ist auf jeden Fall das mit der App. Ich kann am Bildschirm hier Vivid, Gesichtspriorität, jetzt bin ich im Freeframe-Modus, oder? Na, ich war im Videomodus. Auto-White Balance, EV, Vivid ist okay. Und ich finde es cool, dass man hier den Schwachlichtstab ein- und ausschalten kann. Da muss ich nicht jedes Mal in das Menü reingehen. Foto, HDR-Foto, Intervall, Starlabs, Loopaufnahmen. Ja, Loopaufnahmen könnten interessant sein. Ich brauche weder Zeitlupe, noch brauche ich ein Time-Shift, noch brauche ich ein Timelapse. Also, von links nach rechts reinwischen, kann ich das Album anschauen. Von unten nach oben kann ich in die Videoeinstellungen gehen. Von oben nach unten komme ich in die allgemeinen Einstellungen. Probieren wir das noch aus. Sprachsteuerung. Gibt es nur auf Englisch. Aha. Marked, Shutdown, Camera, Take a photo, okay. Ich habe es ausgesprochen. Und ja, die Kamera abdreht. Also, die Sprachsteuerung funktioniert. Dann, Take a photo. Take a photo. Take a photo. Take a photo. Wieso muss ich so blöd reden? Pure Shot, schaut euch das an. Was auch immer Inspire ist. Inspire in Raw. Pure Shot ist ja cool. Das kenne ich von der Ace Pro. Das ist ein cooler Modus. Was ist, wenn ich da drin bin? Start recording. Oh, ich kann den Schwachlichtstab einschalten während der Aufnahme. Das ist auch cool. Stop recording. Start recording while camera is off. Das ist Quick Capture. Schauen wir mal. Einmal drücken. Jetzt müsst ihr schon angefangen haben zum Filmen. Ja, haben wir schon fünf Sekunden. Und abdrehen. Die Frage ist nur, oh, er schaltet die Insta360 auch gleich aus. Einen Test machen wir noch. Das wird jetzt lustig. So, wir nehmen das Teil raus. Ein bisschen warm. Oh shit, ich habe einmal draufgedrückt. Und er hat schon angefangen zum Aufnehmen während der Action-Pod aus ist. Wie drehe ich es wieder ab? Wie drehe ich es wieder ab? Okay. Huh. Wo kann ich das überall anbringen? Ich kann das hier am Mikrofon einfach anmachen. Bitte, das ist an meinem Mikrofon Spinne dran. Wie geil ist das? Schaut ihr das an? Jetzt fallen wir Ideen ein, wo man das anbringen kann. Dann hauen wir das da rein. Schauen uns an, was er aufgenommen hat. So, sieben Aufnahmen. Er hat definitiv Aufnahmen gemacht. aha, aha, aha. Das hat funktioniert. Okay, das ist definitiv lustig. Ich bin schon gespannt, wie man das einsetzen kann. Mir fallen jetzt schon urviele Sachen ein, wie man dieses kleine Teil hier nutzen kann. So, schauen wir uns mal das Menü an. Vor allem nach dem Firmware-Update. Wir haben immer noch Helligkeit, wir haben hier eine Ausrichtungssperre, Sperren, Lautstärke. Lautstärkenregelung ist gering, das ist super, Helligkeit. Dann haben wir Quickstart, Stimmkontrolle, Pre-Recording, getimte Aufnahme, eine Remote, dann habe ich das mit der Windrauschen und so weiter. Hat sich da was geändert? Nein. Dann habe ich hier das Grid und bei den Einstellungen haben wir jetzt die Version 1.2.15 und da allgemein befindet sich die Vibration, das Status-LED, die automatische Abschaltung, die habe ich hier auf 3 Minuten und 30 Sekunden für den Bildschirm. Dasselbe verwende ich auch bei der Ace Pro. Dann habe ich hier Touchscreen, Aufwecken, dann ist hier die Go3-Taste, die ist aufgeteilt durch Einfaches Drücken und Zweifaches Drücken. Klickt man hier drauf Einfaches Drücken, kann man sich den Videomodus aussuchen. Ich benutze definierte Parameter. Dann habe ich WiFi-Einstellungen, Sprachsteuerung, Vorabaufnahme, Webcam, Zoom, Videobitrate hoch und Videoschärfe auf Mittel, Antiflimmon auf 50 Hertz, Sprache Deutsch und das war es auch schon. So, bin ich also da drinnen, habe ich 16 zu 9, 2,7, 25 Bilder pro Sekunde. Gehe ich hier rüber auf den Freeframe-Modus, stelle ich mir ein 1440p, 25 Bilder pro Sekunde und auf Linear. Jetzt habe ich Narrow dazu bekommen, das hatte ich vorher nicht. Das stelle ich auch Linear ein. Videomodus haben wir hier. Ultra, Action, Linear und Narrow, also schmal, wirklich schmal. Das ist also mit dem Software-Update dazugekommen. Ansonsten hier bleibt alles gleich und immer schön das Objektiv sauber halten fürs Filmen. Geiles Teil. Ah ja, Zubehör. Hätte ich ja jetzt beinahe vergessen. Erstes Zubehör. Easy Clip. Da legt man die Kamera so ein. Wop, ist auch magnetisch, hält auch bombenfest und ich muss nichts drücken, sondern kann die einfach rausziehen. Super kleines Teil. Finde ich wirklich toll. Ich werde das natürlich alles testen. Magnetanhänger. Boah, hält kurz, hält super. Und weil der Magnet zu stark ist, kann ich das hier anbringen. Dann schaut die Kamera nach unten oder bringt das hier nach oben schauend an. Dann schaut die Kamera nach oben, wenn ich hier das aufhänge. Das werde ich auch alles in einem anderen Video zeigen. Und zu guter Letzt haben wir natürlich die Drehhalterung. Da steht auch Kamerasymbol in die Richtung. Gibt es nicht viele Möglichkeiten. Also hier anbringen. Ja, ich meine, das hält bombenfest. Was soll man da sagen? Ich kann das so ausrichten. Ich kann das drehen. Je nachdem, wie man es braucht. Ich könnte das hier als kleinen Tripod auch nutzen. Super. Hier beide Knöpfe drücken. Zack, zack. Es ist aber magnetisch. Das heißt, man muss sowieso noch extra runterziehen. Das ist nur, damit es abgesichert ist. Und das Gute ist, man kann hier auch die Platte runternehmen und das Teil hier zum Beispiel auf sowas zum Beispiel drauf geben. Dann kann ich das hier in mein Schnellwechselsystem reingeben. Sehr schön. Sehr edel. Sehr fein. Und das sage ich nicht, weil ich das zur Verfügung gestellt gekriegt habe, sondern weil das wirklich gut ausschaut. Hammermäßige Qualität. Wirklich war gut gemacht. Schön. Ja, das war es mit dem Unboxing. Wenn du mehr über diese Kamera erfahren willst, dann vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Und wenn dir das Video gefallen hat, würde es mich freuen, wenn du dem Video ein Like gibst. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Das ist echt die kleinste Action-Kamera der Welt. Das ist echt die Idee.